Hallo Seekräuter, hallo Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier auf dem Seekrauts Kanal. Wir haben den Monat September schon hinter uns gelassen. Ich bin im September in Urlaub gegangen und im Oktober zurückgekommen und was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, nach dem letzten Livestream im September das Krauts Funding Video zu machen. Das hole ich jetzt hiermit nach und wie immer sage ich zuerst Danke an jeden Einzelnen, der uns im September im Livestream unterstützt hat, in den Chats dabei war, aktiv sich quasi an unseren Streams beteiligt hat und mit der Community interagiert hat. Wie immer gibt es natürlich wieder eine Belohnung und zwar für die drei aktivsten Zuschauer im Monat September. Dann soll die Leistung aller anderen natürlich nicht schmälern, aber es ist nochmal ein besonderes Dankeschön, dass ihr so viele Punkte gesammelt habt. Ihr kennt ja die ganzen Regeln, wie das Krauts Funding funktioniert. Ihr sammelt während des Livestreams quasi Punkte durch eure Aktivität. Ihr schreibt alle zehn Minuten im Chat Nachrichten, also mindestens alle zehn Minuten, gerne auch häufiger. Und am Ende könnt ihr hier Guthaben bekommen. Und wenn wir 15 Euro Guthaben, Ziehkrauts Euronenguthaben gesammelt habt, dann könnt ihr euch an uns wenden und euch etwas wünschen aus dem World of Warships Premium Store. Ihr müsst dann natürlich euren World of Warships Account nennen. Wir verifizieren das alles, dass das auch der richtige ist und so weiter. Wenn ihr also euren YouTube-Namen ändert, solltet ihr uns das unbedingt sagen, damit wir dann hier auch entsprechend die Liste aktualisieren können. Hier sind nochmal die Regeln erklärt. So einen Link dazu findet ihr ja unter jedem unserer YouTube-Videos oder auch bei uns im Discord bei Seacrauts Fan-Programm. Könnt ihr einfach raufklicken, da ist der Link auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr ganz genau sehen, wie hier die aktuellen Stände sind. Hier sind jetzt zum Beispiel die Gewinner der letzten Monate aufgelistet, sind auch immer mal wieder verschiedene und neue dabei. Und so wird es auch diesen Monat sein. Ihr Neophyte führt hier, der hat schon 18 Euro zusammen gesammelt, also kannte er sein Guthaben zum Beispiel schon im Store einlösen. Jetzt kommen wir aber mal zu den Punkten. Und zwar hat der Tom, der den Rang Alleinfetter hat, 255 Punkte im Monat September gesammelt. Seine Gesamt-Watchtime spielt jetzt gar keine so eine Rolle, weil die nicht monatlich ist, sondern seitdem er auf dem Kanal dabei ist. 207 Stunden hat er inzwischen hier zusammen gesammelt. Zumindest hat mein Bottert hier ja so registriert. Damit belegt er dann Platz 1. Platz 2 geht diesmal an jemand, der bis jetzt noch nicht in unserer Liste hier erwähnt wurde. Und zwar Loradak99. Auch dir herzlichen Glückwunsch für diese Punkte-Sammlung und natürlich zu zwei Seacodes-Euronen. Und der Rang 3 diesen Monat September geht an Neophyte 65. Letzten Monat hat er noch gewonnen. Diesen Monat hat er nur Rang 3 geschafft. Und ja, auch ihm herzlichen Glückwunsch. Dann geht es weiter. War ja doch relativ umkämpft, gerade um Platz 1 und 2. War super knapp. Und dann geht es hier auch um Rang 4 zum Beispiel mit 165 Punkten. Big Ben und Bob oder Liqui of Bob. Darum ist es richtig ausgesprochen. Und ihr seht, also diese Stunden, die machen am Ende nicht viel aus, ob ihr Punkte bekommt oder nicht Punkte bekommt. Ihr könnt also euch jetzt entschließen, heute Abend ab dem 5.10.20.15 Uhr wieder dabei zu sein. Und habt genauso die Chance hier Punkte zu sammeln, wie jeder andere auch. Und seid dann eben oben mit dabei. Die einzige Sache, die wir hier eingebaut haben, ist, ihr müsst mindestens 10 Stunden Watchtime haben. Wenn ihr nur weniger als 10 Stunden habt, bekommt ihr nur 1 Punkt alle 10 Minuten. Wenn ihr aber 10 Stunden Watchtime habt, dann bekommt ihr eben 2 Punkte alle 10 Minuten. Das ist nochmal so ein besonderer Treue-Bonus, den wir da mit eingebaut haben. Das möchte ich aber auf jeden Fall aus Fairness-Gründen natürlich erwähnen. So, ich werde gleich die Liste aktualisieren und dann habt ihr wieder einen aktuellen Stand. Ich möchte euch aber noch eine Hausaufgabe mitgeben, liebe Community. Und zwar möchte ich euch diesmal bitten. Ihr wisst ja, dass wir hier immer diese Ränge pflegen. Und wir haben da schon wirklich tolle Ideen gemeinsam in den Livestreams hier auch ausgearbeitet, welche Ränge wir hier einsetzen und so weiter. Ihr seht es ja hier, Rudergänger, Schlauchboot-Anstreicher, Kanonenputzer, Galleonsfigur, Signalflacken, Falter und so eine ganzen Geschichten. Und ja, vielleicht habt ihr ja da draußen gerade nochmal eine richtig geile Idee, wie wir diese Ränge hier noch ein bisschen updaten können. Ich würde halt gerne hier bei den 250 bis 500 noch einen Rang dazu bauen. Und ich würde auch gerne hier noch welche dazu bauen. Ja, gebt mir doch einfach mal so ein bisschen euren Gedanken, eure Gedanken wieder unten in die Kommentare. Schreibt sie rein. Denn es sollte natürlich irgendwo so ein bisschen in diese Reihenfolge passen. Also jetzt nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, Schraubensammler oder so. Das wird ja eher hier in den unteren Bereich passen. Ihr merkt ja, dass hier in Richtung 1000 Stunden Zitadellenpolierer ist dann schon was ganz Besonderes, sag ich jetzt einfach mal. Oder Penetrationsprüfer und so eine Sachen. Ja, also da muss auch so ein bisschen, naja, was Besonderes rein sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier noch die eine oder andere Idee habt, was wir denn hier als besondere Ränge hinzufügen können. Und ich freue mich einfach auf eure Kommentare. Wünsche euch wieder viel, viel Spaß im Oktober hier auf dem Seacross-Kanal. Wir haben wieder die eine oder andere Besonderheit für euch. Das ist schon jetzt versprochen. Und ja, wir hören uns dann und sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Seacross-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.